Rendezvous heute um 8 Uhr im Hotel im Zentrum. Ich werde mich schick anziehen. Ich freue mich wirklich, dich zu treffen. Ich auch. Sollen wir zu mir? Ja, sicher gerne. Kommst du? Bin schon da. Was machst du da? Komm schon, ich will dich. Filmst du mich mit deinem Handy? Ach was, mach schon weiter. Was soll das? Komm schon, worauf wartest du? Und sie? Hätten sie Ja gesagt? Leo hat Ja gesagt. Nachdem er vor einer Frau masturbiert hat, die es gar nicht gibt, wird er von Kriminellen erpresst. Sie drohen, das Video zu veröffentlichen und verlangen immer mehr Geld. Seien Sie wachsam, auch im Internet. Für Ihre Sicherheit im Internet. Vertrauen Sie nie jemanden, den Sie nur über Internet kennen. Geben Sie nie Ihre Passwörter oder Ihre amtlichen Dokumente weiter. Geben Sie nie intime Fotos oder Informationen preis. Leisten Sie nie eine Vorauszahlung, wenn Sie dem Gegenüber nicht vollständig vertrauen.